Max Empton war der Neptun des Lago Maggiore, der Millionär mit dem schnellen Motorboot und den jungen Frauen auf der Insel. Das war das Bild, das man von ihm hatte. Max Empton wurde 1904 Teilhaber im väterlichen Geschäft und hat es dann vermocht, innerhalb von 15, 20 Jahren dieses kaufmännische Gewerbe zu einem europäischen Handelskonzern zu entwickeln. Max Empton hat der freien und Hansestadt Hamburg sehr viel gegeben. Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft. Wenn wir uns angucken, wie es umgekehrt war, dann sieht die Bilanz dürftig aus. Toda esa lista de propiedades eran de Max Empton y sencillamente las tomaron y nunca más hicieron nada. Ningún gesto para moralmente decir, aquí hay una devolución en Amburgo. Ich habe Horst Köhler darauf aufmerksam gemacht, dass sich in der Villa Hammerschmidt dieses besagte Bild befindet, was früher einmal Teil der Sammlung Empton gewesen ist. Das Teil der Hitler-Sammlung dann wurde und was nach dem Krieg nicht zurückgegeben wurde und seither als Leihgabe sich bei ihm befindet. Dieser Canaletto ist wirklich eine Peinlichkeit, die aber ein schönes Symbol ist für die Art, wie man mit Max Empton umschwingt. Man hat in den Rückerstattungsverfahren in Bezug auf das Polo-Platzgelände argumentiert, dass Max Empton ja gar kein Jude gewesen sei. Er sei konvertiert, er sei Protestant gewesen, aber er ist von den hamburgischen Behörden als Jude behandelt worden. Und die Judenverfolgung hat dazu geführt, dass er sein Vermögen da verloren hat. Das hat man aber nicht mehr wissen wollen. Max Empton hätte in Hamburg, wenn man sich da mal einmischen darf, mindestens eine Straße verdient, und zwar eine große. Was ich möchte, dass ich zufrieden bin, ist Justiz, ein Mann, der sehr verehrbar ist, und meine Kinder mit dem Gefühl, dass ich der letzte Quixote kämpft, für etwas, das wertvoll war. Das ist alles. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank!